wir gehen aber da sollte man schon Rüstung haben und zumindest eine bessere Waffe weil der Älter der Seelen hat er gesehen gegen ihn habe ich nicht wirklich viel eingerichtet wo können wir denn die Minen mal schön hinbauen weil da ist da vorne möchte ich eigentlich AAH! Steine, Sterne, Sterne zwei haben wir schon und die Topaz das ist eine coole Sache Silver, ok, das passt zu mir und ich habe hier immer noch den Kronleuchter den ich jetzt auch mal verwenden möchte da kommt immer mal nicht so die kriegt der NPC zack, das sieht doch gemütlich aus doch, die kriegt keinen oder was? doch, später, später die muss die erst verdienen ja, ja, ich muss mir das verdienen irgendwie zu Arsch gesteckt so, ach süße, wir hätten hier sogar noch Woodball gehabt na toll so, den Topaz hinlassen wir erstmal hier das Erz Iron Bar 2, da kriege ich dann noch eine Kiste hin, oder? ja yeah da machen wir uns noch eine Kiste direkt daneben und da packen wir das ganze Silbererz dann kommt hier Eisen, Silber, Gold das ist doch schön so, in der zweiten Kiste habe ich gesehen haben wir Woodenwalls dann packen wir die noch dazu Stein ist auch da das brauchen wir unten in den Caves nicht wirklich obwohl Stein ähm Wood Wood ist immer wichtig Woodenplatforms okay kann man es eigentlich auf den Weg machen die tiefen Weiten von Terraria zu erkunden die Baumfarm funktioniert 1a wir kriegen Bäume ohne Ende zack für die Zombies würde ich den Bogen nicht verwenden weil das Schwert schlägt ihn zurück der Bogen nicht wirklich wenn es mehrere Gegner sind werden die davon natürlich nicht zurückgeschlagen und gehen dann trotzdem weiter auf euch los so ah, Zombie wo jetzt sehe ich hier gerade das Stein das sieht mir schon so nach ich möchte abgetragen aus abgetragen werden aus ausgetragen werden ach, wie auch immer noch ein Stern ach, da ist eine Hürde deshalb kann er nämlich weiter gut muss einem ja auch erstmal gesagt werden so wie sieht es denn hier überhaupt aus ok, hier kann noch ein Stern wunderbar also das ist das Schöne was man nachts machen kann Sterne sammeln mal gucken ob wir noch ein paar hinkriegen genau hier war unsere erste Höhle genau hier war unsere erste Höhle genau hier war unsere erste Höhle ja ja der zertbrünkel juhu ich bin der größte ähm oh ich hab keine Pfeile mehr dafür kriegst du es richtig auf den Sack du blödes Auge geh zurück nach 4 Mann ach, das sieht auch so herrlich aus so, also das sieht mir sehr schön nach einem Startpunkt für unsere Mine aus die markiere ich jetzt einfach mal so hier möchte ich den Grundboden eigentlich noch lassen 1 6 7 1 2 3 4 5 6 7 genau dann machen wir einfach 3 4 5 1 2 3 3 4 5 6 7 7 so, das sieht doch schön symmetrisch aus wunderbar wunderbar so, beleuchtet ist das Ding damit auch 4 4 4 5 5 5 9 11 11 12 15 14 13 15 15 15 15 15 15 15 15 über 20 15 17 15 17 17 20 So. Genug rumgetanzt. Wir wollen nun die Mine anfangen. Immer dieses an die Wand nage. So. Hammer. Hammer. Okay, da kommt es noch nicht rein. Bleibst du hier? So, das Schöne ist jetzt natürlich, wir können auch hier wieder dicht machen, wenn wir denn genug kein Holz dabei hätten. Quatsch hier mal anders zu, nicht mich. Wir brauchen Holz. Wo gehen wir da hin? Zur Holzmine. Holzmine. Klar, Baumfarben. Du alter Vogel, du. Slimeys immer gerne gesehen, vor allem weil die jetzt so super einfach sind zu besiegen. Ach, wie die Wolken vorbeiziehen. Das ist ja herrlich. Und es wird Tal. Das ist sehr schön. Dann kann man mit dem Bau der Mine richtig schön weitermachen. So, Ahornsamen habe ich keine mehr. Okay. Plattformen. Und schon können die Slimes da nicht durch. Und wir können hier anfangen zu buddeln. Das muss ich aber eben auch, das sind 3, 4, 5. Und der sechste wird dann immer der Boden. So, jetzt sind wir hier 2, 3, 4, 5. Und erst müsste der Boden sein. Da erwartet uns auch direkt eine Kanne. Das ist sehr schön. Das verspricht schon mal was. Ach, das macht Spaß. Stein ist immer gut. Wir kloppeln den ganzen Tag hier unsere Steine. Genau. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und der Boden. Das ist eben so ein genialer Trick, wie einfach, indem ich jetzt hier den Turm runterbaue, kann ich mich in jeder Etage links und rechts einfach durchbuddeln. Und habe immer einen Safety Point in dem Sinne. Wo ich weiß, ah, da kann ich zurück. Da habe ich dann wahrscheinlich, also die Workbench und so, die kann man dann immer da reinbauen. Türen und so weiter. Es sei denn, es kommt ein Blood Moon. Ich hoffe nicht, dass wir den nochmal zu Gesicht kriegen. So, wir brauchen aber hier sowieso eine Workbench. Also, wer damit. Denn der Blood Mode, dann spawnen die Gegner in Schwärmen. Und dann ist hier Finito. Obwohl, ein Furnace können wir uns hier eigentlich auch hinstellen noch. Obwohl, nee, das ist eher unsinnig. Den stellen wir mal da hin. Den brauchen wir nämlich nur zum Schmieden. Und dann machen wir nämlich hier noch einen Stuhl und einen Tisch hin. Dann haben wir nämlich auch hier direkt die Möglichkeit, so viel wie möglich zu craften. Aber das passt nicht. Das wird nicht passen. Das sehe ich jetzt schon. Also kommt die Crafting Anlage eine Etage tiefer. So, was ich noch wollte, da ich jetzt hier unten nicht alles mit Steinwänden machen will, machen wir es natürlich hintergrund-typisch. Mit Erde. So. Und weiter geht's. Nächste Etage, nächstes Glück. Eine Fackel haben wir gefunden. Wie aufregend. Wie aufregend. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Tipps geben in den Kommentaren. Zwei, drei, vier. Oder mir halt auch mitteilen, wenn euch das zu langweilig ist und ihr sagt, boah, nee, alter, geh doch lieber in die Dungeon. Das ist viel aufregender. Dann mache ich das natürlich auch ganz gerne. Vier, fünf. Und das mit drunter wird dann der Boden. So. Ah, hoffentlich findet man was richtig geniales. Also gerade die Schatztruhen in den Dungeons, die sind enorm interessant. Da findet man richtig schöne Sachen drinne. Wie einen magischen Spiegel, mit dem man sich wieder jederzeit zurück ins Haus teleportieren kann. Oder Wolken in einem Glas, womit man zweimal springen kann. Oder ein Bumerang. So, den Bumerang, den hätte ich gern. So, da komme ich jetzt natürlich nicht hoch, weil das zu niedrig ist. Da das hier aber normale Erde ist, kann ich die hier einfach dransetzen. Und wo müssen wir jetzt hin? Richtig geraten zu Holz fahren. Wir brauchen nämlich neues Holz. Ach, bei dem herrlichen Wetter, da geht man auch gerne Holz hacken. Und ein Slimey kommt vorbei. Den begrüßen wir doch mal mit unserem neuen... Oh, oh. Und der hat uns erwischt. So einen neuen Eisenschwert. Ja klar. Mit der Spitzhacke... Naja, mit dem Hammer geht es natürlich auch nicht. Du bist heute wieder sehr intelligent. Bis heute Abend. Ah nein. its benutzt. Vielen Dank.